Es wird Zeit, dass der Vorhang hochgeht. Das ist nicht normal. Hab ich da was gesehen? Das ist nicht möglich. Oh, 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 oh. Schnapp den! Schnapp den! Ich bin im Gebäude. Kannst du irgendwas sehen? Der Lageplan zeigt einen offenen Platz da drin. Und zweifellos mehr Wachen. Ah, diese Hacks, die ich dir aufs Handy geladen hab, sind die perfekte Ablenkung. Damit kannst du die Ausrüstung von jeder Wache da drin stören. Was für Ausrüstung? Alles halt. Pack ihre Handys, Earpieces, Strengstoffe. Heutzutage wird doch alles mit Chips gesteuert. Okay, ich versuch's. Kannst du die Büros gehen? Such mir einen ungesicherten Laptop. Hab einen. Bradley Coughlin. Ach, oh nein. Er ist der Schiff, der Nicker ist. Ja, was auch sonst. Sobald ich drin bin, musst du schnell sein. Track den Anrufer und dann raus. Die Security wird den Einbruch ziemlich schnell bemerken. Sorg dich nicht um mich. Der ist die Post-Land auf sein. Oh! Hurrah saddle ich dir! Pass. Kom, also hier! ALKOPIN! Das kann nicht sein. 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 Das kann nicht sein.